Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Domina. Ja, in der letzten Folge wollte irgendjemand den Magistraten ermorden, das wäre dann unser dritter Magistrat in dieser Runde. Mal gucken, und schon wieder ein Retiaria. Könnt's einfach nicht lassen, Ninjus. Weiß ihn in seine Schranken. Na komm, Leute. Ninjus, mach. Wundervoll. Ach ja, da fliegen die Köpfe. Ob das Publikum sowas sehen möchte, war immerhin zahlen dir Eintritt, oder? Und nochmal Weapon Master. Nun gut, schönen Tag noch für dich. Na komm, ne, eigentlich hätte ich dich nicht heilen brauchen, aber hey, das bist du mir schon mal wert. Weapon Master hast du. Da bekommst du jetzt auch noch Weapon Master dazu. Du darfst direkt auch mal mit Weapon Master anfangen, wobei, bringt die ja momentan noch gar nichts. Ich will Ninjus noch ein paar Level hochpushen. Mhm. Ja, deine Trainingskarten sollten wir die eventuell mal wegnehmen. Wäre eventuell sinnvoll. 1078 haben wir mittlerweile wieder. Ja. Dafür bekommen wir auf jeden Fall die beste Rüstung, den besten Helm. Beste Waffe hast du ja bereits. Ach, das beste Schulterpolster. Ich glaube, der beste Schild wird ein bisschen teuer. Guck mal. Jep, wird teuer. Na komm, machen wir mal wieder ein bisschen Gas. Dass die Prozentzahlen sich da immer anders orientieren, ist ja auch schon irgendwie merkwürdig. So, und der Ninjus holt uns jetzt gleich den nächsten Sieg. Und schon wieder so ein Kampf. 10 gegen 10. Hm. Hoffentlich haben wir noch ein bisschen Glück. Jetzt hat mir mittlerweile eh dann Basic-Armer. Das hat ja dann eventuell auch Aussagen-Zeit-Wubba. Ja, die brauchen ja noch Rüstung. Eventuell ersetze ich dich, aber du hast ja bereits einen Sieg. Ja, die haben auch alle einen AI-Skill von 100. Na komm, wir brauchen das Kleingeld. Oh, unser Mummlo hat mit Qual auch ein Zweihänder. Ähm. Was für ein Geschnitzel. Ei, Karamba. Lucius, Gelithus, Petronius und Gaius haben wir verloren. Naja, halb so wild. Wir bekommen wieder zwei neue Rekruten. Aus der ersten Reihe haben wir niemanden verloren. Du. Ich brauch keiner. Tschüss. Ja, in den hab ich gerade Geld reingesteckt, den wir da verloren haben. Du. Tschüss. Moment, wir müssen ja eh erstmal alle heilen. Die irgendwie Schaden davon genommen haben. Mhm. Ah, du bist hier der Neue. Kommst schon mal in Basic Warmer. Rüsten wir dich mal ein bisschen auf. Ja, du bist ja der Nächste in der Arena, Freundchen. Ja, der hat bereits einen Zweihänder. Vielleicht holen wir dir direkt mal einen Zweihänder Plus oder so. Wäre vielleicht sinnvoll. Was kostet der mich? 71. Ach, du hast bereits einen Zweihänder Plus. Alles klar. Sind die Arztgebühren für jeden bezahlt? Du meditierst noch eine Runde? Passt schon. Ja, ich glaub, die Arztgebühren sind für jeden bezahlt. Nun gut, weiter. Ähm... Waffenmeister. Ach, dazu gesehen, keiner momentan. 15 Tage bis zum nächsten Kampf. Und ein Palus kann man nicht mehr bauen. Das ist doch schön. Nur würde ich mal sagen, rück dir mal alle ein bisschen auf. Damit ich weiss, wo die Neuen hinlanden. Ja, du brauchst ja noch ein paar Tage. Nun gut, Ninjus ist wieder einsatzbereit. Äh... Nein, dafür sind wir nicht bereit. Sorry. Da die meisten von uns noch am Ausheilen sind. Ah, bitte jetzt mal eine Colpit. Damit es hier auch ein bisschen agilitätstechnisch vorangeht. Ja, das wird dauern, bis du ausgeheilt bist. Mhm, mhm, mhm. Ja, Colpits dauern halt eine Zeit lang. Ist doch schön, wenn es da hin und wieder mal ein Upgrade gibt weiter unten. Wie was mit einem Exhibition Match? Das macht das Ganze nicht besser. Das ist so ziemlich dieselbe Truppe wie beim letzten Mal. Ah, ja, ja. Bekommst gleich ein bisschen Wein. Moment, da ändert sich ja gar nichts momentan, oder? Hm. Ah, jetzt wächst es langsam an. Ja, das wird uns eine Menge Geld kosten. Ja, guck mal. Simegis Fred seeks to build a cobbled stone road. Ja, ja, er sollte selber Sklaven engagieren. Hm. Na komm, zum Legaten mit euch. Ah, ja gut. Das hat uns was gekostet. In der Tat. Architekt, Colpit. Denn irgendwie muss man ja aufholen. Drei Tage bis zum nächsten Kampf. Mhm. Ich hoffe meistens nicht, wie er diese selbe Todesgruppe... Jetzt sollten wir ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und zumindest die Leute mit der Billig-Ausrüstung ein bisschen upgraden. Guck mal, der hat immer noch die einen Sashima-Nschoner. Der hier ebenfalls. Und die halt nicht ganz so wehrlos hier rumstehen. Falls es mal wieder gegen ein Manny gegen Manny kommt, das sich antreten möchte. Ja gut, wir sind so gut wie pleite, aber der nächste Kampf steht bevor. Und schon wieder so ein fetter Retiaria. Es gibt ja gar kein Ende. Ninjus. Mach ihn mal platt. Ja, aber es reicht ja auch, wenn der uns einmal trifft. Einmal gut trifft. Oh, da spritzt schon mal Blut, aber kein Schaden. Nun gut. Mit Ach und Krach gewonnen. WeagleEye. Moment, du. Schönen Tag. Schönen Tag. Du, einmal meditieren, wenn ich bitten darf. Bist hier bereits auf 100. Du bist auf 100 und sagst nicht. Und dich heilen wir mal hoch. So, EagleEyeye. Improves Gladiator's Aim. Ja, für unseren Retiaria wird es höchstwahrscheinlich sinnvoll sein, wenn er was trifft. Ich glaube, ich würde mal sagen, ich hätte jetzt mal Lust auf Unfinished Business. 550 HP. So, dann nehmen wir unseren Trarex Champion. Wir nehmen unseren Retiaria. Dann nehmen wir vielleicht Tullus noch mit, dass er seinen 22. Sieg eventuell einfahren kann. Falls er nicht G1 gehittet wird. 104 Damage kann er machen mit einem Schlag. Das ist eine Menge. Und? Haben wir es? Jo, wir haben es. Manchmal geht es echt so schnell, dass man gar nicht weiß, was passiert ist. Gut gemacht, Leute. So, Aurelius. Du bekommst einen Basic Armor von mir. Ja, du brauchst auch eine bessere Waffe. So, dann meditierst du mir als nächstes. Du hast einen Kratzer davon getragen. Du hast an sich kein Kratzer davon getragen. Aber das passt schon. Oh, es wird gerade ein bisschen laggy hier. Spiel. Beruhig dich. Es ruckelt aber nur, wenn ich die Maus bewege. Ja. Ich war zu 94% noch ein bisschen zu schnell. Ähm. Ja komm, Sachen überärfen. Tempo reduzieren bringt da auch nichts. Na komm, arrangieren wir vielleicht nochmal einen Kampf. Und schon wieder so eine böse Gruppe. Nun gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aha, aha, aha. Ja, vielleicht gewinnen wir ja. Das wäre toll. Wir haben auf jeden Fall den Hitpons Vorteil. Oh, das war ja einfach jetzt ja richtig zerlegt. Meine Champions profitieren nochmal. Ja. Throwmaster. Ja, schönen Tag. Schönen Tag. 55, 100. Jetzt erstmal wieder alles heilen. Ähm. Warum hast du nicht meditiert? Das musst du jetzt mal nachholen, Freundchen. Kann ich mit dir nichts anfangen. Na komm, hier könnten wir mal ein paar bessere Helme spendieren. Eine etwas bessere Ausrüstung. Dich heilen wir hoch. Dich heilen wir hoch. Du brauchst ein Netz. Ja, immerhin bekommst du einen neuen Helm. Eine neue Rüstung. Du bist auf 90. Du brauchst noch einen Tick. Da fehlt noch was. 90er ist der mittlerweile eingefahren. Was ja nicht schlecht ist. Also ich glaube, ich bin einmal durch. Gut, weiter. Ähm. Ja, jetzt bist du auf 100. Ja, Nenius muss noch ein bisschen heilen. Genauso wie meine anderen Champions. Würde schon noch gerne einen Pitfight machen. Ähm. 21 Wasser kannst du ja haben. Ja, ich brauch deutlich mehr Wein wieder. Naja, meine Freunde. Ich würde mal sagen. Wen im Geruckele machen wir hier schon mal an dieser Stelle. Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020